Das ist so intern, ich habe den Leuten das betroffen. Die sind ja so mit sich zufrieden und im Rhein, dass die nichts aufregeln. Außerdem, wir haben ein bestes Verhältnis. Also, Leonard und... Wir kennen uns ja schon sehr lange sehr gut. Also, ich glaube, da gibt es keine Streitereien. Eine absolut friedliche Koexistenz. Absolut. Aber vielleicht einmal etwas auf die Fresse ist auch geil, oder? Einmal sowas. Gerüchte streuen. Wir müssen Leben in die Bude bringen. Das haben wir immer beim Dorf jetzt früher. Eine Schlägerei und dann war das ein Geistdorf. Sonst war es kein Dorf. Wir hatten ja schon viel früher immer gesagt, wir fetten es mal lustig. Das war eine Gegend. Samstag wird eröffnet. Wilsberg und die Lösung des Falles, da kommt so ein paar Taten. Aber das wird uns wahrscheinlich nicht mehr gelingen. Ne, aber da wäre ein langes Fieber. Da müsste man aber wirklich zum Arzt gehen. Wenn man so lange Fieber hat, das ist ja jetzt, vergeht ja noch gut ein halbes Jahr mindestens, oder? Im Herbst? Ja, als das alles ausgestrahlt wird. Ne, wird da jetzt erstmal kein Fieber. Aber dann Fieber wieder im Herbst, wenn es wieder losgeht. Und Feeling heute? Letzter Drehtag? Ich habe mich inzwischen ein bisschen heiser geschrieben. Ja, aber ansonsten, sage ich mal, sind wir guter Dinge. Und hoffen, das wird diesmal auch ein sehr spannender Fall. Zum Beispiel mal freut man sich auf den ersten Drehtag. Und wenn der letzte dann kommt, freut man sich aber auch, dass man es geschafft hat. Wir wissen ja, was unterwegs passiert ist und sind guter Dinge, oder? Ja. Ich hätte Platz für eine Frage und dann hätte der Kollege von der aktuellen Stunde sie gerne noch einmal kurz zusammen. Also hier zum Teil. Münster haben Sie jetzt in einer ganz teuren, großen Wohnung gedreht. War das was Besonderes? Vor allem mit schönem Blick auf Münster, wie immer gesagt wurde. Wo genau wissen wir ja nicht. Da wissen Sie mehr als wir. Also wir haben in einer recht überschaubaren, sehr schönen Wohnung gedreht. Auch eine gute Lage, aber... Im Film sehen ja alle immer ein bisschen dicker aus und auch die Wohnungen sehen ein bisschen dicker aus. Das stimmt. Das war eine sehr große Küche. Dann hätten wir jetzt noch einen kurzen... Peter, kommt noch was rein? Einmal noch kurz. Viel besser. Nein, ich finde es nicht femininistisch. Sehr fast. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe in den letzten Jahren gesehen, das ist mein erstes Mal für Ihre Kaste. Ah, ich dachte gerade, ob ihr Tartorte geliebt. Ah, Tartorte. Ich bin ein Star-Dinger, ja. Ja, ja, ja. Ja, Ciao. Sorry, ich bin einiger H каж OLX germ Pandoros. thank you very much. Thank you very much. Ciao, ciao. Bye, ciao. Mir geht's. Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.